Die glauben sie könnten uns überrumpeln. Sei leise! Passt jemand auf die Nordseite auf? Nee kacke nee nee ach man das wollte ich doch gar nicht. Uns überrumpelt heute nichts. Ach nun. Ja. So weg mit dem Gelumpe. Habe ich jetzt ja nicht schon mein Vogel? Nee. Lass die Leichen nicht so offen rumliegen. Mach ich doch gar nicht. Sei unbesorgt. Komm in Bewegung alter Freund. Ja ich mach ja schon. Wo bleibt er? Ich krieg einen Kramp. Was? Merkwürdig. Bloß nichts riskieren. Was ich nur bestimmt blöde finde ist, dass er die Leute nicht umbringt. Moment. War das? Oh. 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 Warte mal. Hey. Hast du was gehört? Hey Fanny, du kannst nicht fliehen! Okay. Ich glaube, das war der letzte, ne? Alles klar. Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche, allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja. Benny P. kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senu hilft dir zu finden, was du brauchst. Senu? Senu lebt noch? Sieh mal einer an. Senu, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Alles klar. Gut. Neue Stufe. Ne, warte mal. Wenn du Gelegenheit hast, dann sieh auf meinen Tisch. Einige Einwohner brauchen Hilfe. Teremon. Er würde nicht aufgeben. Die Quelle in der Amanai-Höhle. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. Okay, warte mal. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein Fähigkeitspunkt. Ja, was nehmen wir denn da mal? Das kannst du mit höchster Zusammengriff. Arschler Entdeckung. Danksamer kann sich während des Kampfes regenerieren. Das ist immer gut. Okay, wenn ich zusätzlich... Welchen Attentat mache ich zusätzlich? Die P. Okay. Den will ich nicht. Ja. Wir verdienen jetzt die. Gut. Gut, dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Nebenquest. Ich weiß nicht, was ich muss für die Tiere jagen, um sich bessere Ausrüstung herstellen zu können. Stelle einen Brustschutz. Warte mal. Was brauche ich denn jetzt für... ...einen Brustschutz? Weiches... Weiches Leder, ne? Ja. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Okay, weiches Leder. Okay, das ist ein Nebenquest, das will wir auch noch machen. Okay, da hinten ist weiches Leder. Da ist auch weiches Leder. Okay, da hinten ist weiches Leder. Ich muss das Kuss, Leder. Ich brauche schon, Leder. Okay, ich brauche. Ja. Ja, ich brauche. Ja, ich brauche es. Ja, ich brauche. Ja, ich brauche es. da ist ein richtiges so was für tierchen habe ich jetzt eigentlich zu tun wow ok gut ok jetzt zwei von fünf ach da war noch einer das wird reichen dank nicht wird in der jagd wenn die weiches leder ja so oder so immer wieder brauchen und wenn die schulen hier sind dann warte mal war aber ich habe doch hier ein gerade abgeschossen muss sein das abgeblieben da vorne liegt der gut Okay, jetzt brauche ich ein bisschen beiges und noch hartes Lieder, glaube ich, ist das. Gut. Das wird perfekt passen. Wunderbar. Okay, gut. Gut, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn jetzt. So, warte mal, hier sind ja auch noch Schnellreisepunkte. Okay, die will ich jetzt auch noch mal freischalten. Finde dein Ziel, das interessiert mich jetzt nicht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da bist du ja. Ich bring dich um. Ich hab das Ziel in Sicht. Bin im Reichweite. Ich sammle die Truppen. Ich töte dich. Ich hab das Ziel in Sicht. Okay, gut. Wo bist du denn jetzt? Oh. Den treffe ich. Das war's. Stirb. Ich erlege ihn. Ich weiß dir die Eingeweide raus. Ah. Oh. Tschüss. Okay, warte mal. Schatz plündern. Hier stimmt. Oh. Was? Stopp dich! Gut, warte mal. Schatz plündern. Ja, aber wo denn? Welchen Schatz denn jetzt? Welche denn? Nein. Meine, die hier, na ja. Nein. So, aber wo ist denn der dritte? Warte mal. Ich hab da einen Schatz. Ich hab da einen Schatz. Ach, und da ist noch einer. Das sind aber ganz schön viele Gegner. Nein, nein. Nein, nein.